Meine drei Kinder sind alle sofort nach der Geburt Kickersmitglieder geworden und die Enkel, also die zwei Mädels von Daniel, gleich nach der Geburt sind die Kickersmitglieder geworden. Sein Sohn, der Marin, auch sofort nach der Geburt und da kommt der Kickersmitglied und jetzt der Milos, der dritte Sohn von Daniel geboren wird. Er ist kaum geboren als Mitglied. Er geht um der Stelle und er wird Mitglied. Stuttgarter Kickers sind für mich unvergessliche Spieltage und Abende, DFB-Pokal und am Wochenende Nachholspiele unter der Woche. Ich und meine Frau haben jetzt auch einen Sohn bekommen, der ist jetzt 4,5 Monate alt. Er ist wegen meinem Vater jetzt natürlich auch Kickersmitglied gleich von Tag 1. Also wir unterstützen, wir sind dabei und ja. Es ist wie in der Ehe, man steht in guten und schlechten Seiten einfach zusammen. Auch wenn die schlechten Seiten wieder mal überwogen haben, so kommt man dann abends auch wieder zusammen in der Ehe und dort geht man immer wieder ins Stadion. So in etwa kann man es vergleichen. Und vor allen Dingen, was bei den Kickers toll ist, man ist einfach so nah dabei, bei dem Spiel. Du kannst praktisch die Spieler berühren. Das ist einfach bei den Kickers das, was das Spiel schon alleine ausmacht. Es ist eine richtige Fußballromantik, da riecht man halt noch die Stadionwurst, wenn man auch als Spieler auf dem Feld steht, denke ich. Und es ist einfach alles familiärer, es sind immer dieselben Leute. Es sind die Wurstboden, es gibt noch ein Bierchen, es zapfen immer wieder dieselben Leute, man sieht immer dieselben Leute. Es ist alles klein und fein und familiärer. Eigentlich jedes Mal ist es für mich emotional bei den Kickers, wenn der Ball im Mittelkreis liegt und das Spiel beginnt und ein Pfiff ist. Das ist für mich pure Emotion, egal gegen wen. Farbe bekennen, blauer werden!